Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Kata. Hallo! Und wir befinden uns hier bei uns im Häuschen und ich würde sagen, Kata, wir gehen erstmal ein paar Bäume fällen. Okay, dann würde ich sagen, Kata, wir gehen hinten zu den Bäumen und fällen die. Das ist eine gute Idee. Und dann können wir uns vielleicht eine Axt machen oder auch eine Spitzhacke und dann können wir ein bisschen Stein abfarmen. Und dann können wir uns auch eine Steinspitzhacke und so machen. Das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Oh, das stimmt. Okay, okay. Okay, dann fälle ich hier mal den Baum so, zack, zack, zack. Und dann mache ich gleich ein Crafting Table. Ich glaube, das ist dann richtig, richtig gut. Ja. Und dann mache ich mal ein Crafting Table. Guck mal, Kata, zack, 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 zack. Und zack, ein Crafting Table. Bitte schön. Okay, warte mal. Ich mache uns mal eine Holzspitzhacke und dann gehe ich ein bisschen Stein abfarmen. So, zack, zack, so. Oh, sehr gut. Okay, dann fälle ich noch ein bisschen Holz. So, den Zeppelin pflanze ich natürlich nach und dann fälle ich den Baum hier noch. Das ist richtig, richtig gut. Und Kata, wenn du genug Steine hast, dann kannst du ja für uns beide eine Steinaxt machen und vielleicht auch sogar ein Steinschwert. Okay, warte mal. Ich gehe ein bisschen mehr Stein abfarmen, dann kann ich das alles machen. Ja. So, ich mache jetzt auch meine Holzspitzhacke und dann helfe ich dir ein bisschen mit dem Stein. Da bist du ja. Hallo. Hallo, ich mache uns jetzt mal ein paar Schwertchen. So, eins, zwei, eins, zwei. Da fahre ich hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen Steinchen. Da können wir uns auch eine Steinaxt machen und eine Steinschwertsacke. Das ist, glaube ich, dann richtig, richtig gut. Okay, Kata, ich habe jetzt insgesamt zwölf Steine. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Da mache ich uns auf jeden Fall noch eine Spitzhacke für mich und dann mache ich uns noch zwei Äxte. So, zack und zack. Und dann eine für mich und eine für Kata. Und bitteschön. Und guck mal, hier ist noch dein Schwertchen. Oh, danke schön. Richtig gut. Okay, dann würde ich sagen, wir fällen noch ein paar Bäume. Und es geht wirklich so schnell mit der Steinaxt. Das ist richtig gut. Und der nächste Baum. So, zack, zack, zack. Wie viel Holz hast du schon? Ich habe jetzt zehn Stück. Und du? Oh, ich habe einmal sechs Augwort und elf Birkenholz. Sehr gut. Und guck mal, hier ist ein kleines Filzschwein. Oh, hallo, da. Das ist richtig süß. Und guck mal, Kata, ich habe hier ein Äpfelchen für dich. Bitteschön. Dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, ich fälle den Baum hier noch. So, zack, zack, zack. Und Kata, ich glaube, es wird so langsam wieder dunkel. Oh, ja, stimmt. Stimmt. Okay, vielleicht wollen wir dann wieder nach Hause gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Ich fälle jetzt hier noch ein paar Bäumchen. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Okay, guck mal, es ist jetzt schon richtig, richtig dunkel geworden. Wollen wir jetzt nicht mal wirklich heim? Stimmt. Okay, das ist eine gute Idee, Kata. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder nach Hause. Und ich meine, wir haben auch richtig, richtig viel Holz schon gesammelt. Den Crafting Table habe ich auch mit dabei. Den können wir hier schön in unser Haus stellen. So, zack. Und den stellen wir einfach mal hier oben drauf. Und hier sind wirklich über Löcher drin, Kata. Ach, Mann. Oh, das ist so doof. Hallo, Kata. Ich sehe dich durchs Fenster. Hallo. Hallo. Oh, richtig gut. Hi. Und? Oh. Oh, das sind schöne Blümchen. Ja, ich fahre mal rein. Ja. Okay, dann mache ich hier auf jeden Fall mal die Decke ein bisschen zu, dass man da nicht mehr durchblumpt. So, das passt auf jeden Fall ganz gut. Und Kata, wir haben sogar ein Loch im Dach. Was ist denn hier los? Ich mache hier auf jeden Fall ein bisschen Stein rein. So, dann regnet es hier auch nicht mehr ins Häuslein rein. Das ist, glaube ich, ganz gut tatsächlich. So, ich komme mal zu dir. Okay. Hallo. Hallo. So, dann stelle ich hier mal die Kiste hin. Und da können wir auf jeden Fall das ganze Holz reinmachen, die Sepplings und auch den Apfel. Das ist richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, Kata, wir gehen mal ins Bettchen. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr. Guten Morgen, Kata. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, du auch? Ja. Oh, sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal nach oben. Und vielleicht können wir heute ein paar Fischlis fangen oder so und die hier im Ofen braten. Das wäre richtig, richtig gut. Das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Oh, es ist voll die schöne Wetter. Oh, stimmt. Und warte mal, ich gucke mal in unseren Briefkasten. Ja. Oh, wir haben was bekommen. Was ist das denn? Was denn? Das ist eine Karte. Moment mal, was ist das denn für eine Karte? Warte mal, da ist ein Kreuz drauf. Warte mal, ich gebe das zu mal. Moment mal, Kata, das ist eine Schatzkarte. Da ist ein Kreuz auf der Karte. Und Moment mal, denkst du, da ist ein Schatz versteckt? Ich weiß es nicht. Oh, oh. Kann schon sein, oder? Das ist ja richtig, richtig cool. Aber Moment mal, wie kommt denn die Schatzkarte in unseren Briefkasten? Wer hat die denn da reingelegt? Aber das ist ja richtig, richtig cool mit dem Schatz. Wollen wir den suchen gehen? Ja, auf jeden Fall. Was könnte da alles drin sein? Ich weiß es nicht. Okay, Kata, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal zu einem Kreuz hin. Und ich bin wirklich so, so gespannt, was sich dort versteckt. Okay, Kata, dann gehen wir mal hier in die Richtung. Und dann müssen wir auf jeden Fall zum Kreuz kommen. Und das ist ja wirklich richtig, richtig cool, dass wir einfach so eine Schatzkarte finden. Aber Kata, was könnte denn in dem Schatz drin sein? Vielleicht sind da Diamanten drin oder so. Das wäre richtig, richtig nice. Oder Gold. Oder vielleicht Rüstung oder so. Stimmt, das wäre so cool. Oh, warte. Oh, da bist du ja. Hallo. Hallo. Oder ganz viele Cookies. Oh, stimmt. Cookies wären auch gut. Okay, ich schaue noch mal auf die Karte. Und ich glaube, wir müssen noch ein bisschen geradeaus laufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Kata, ich sehe uns schon auf der Karte. Wir sind richtig nah beim Kreuz gerade. Und ich glaube, wir müssen direkt hier runter buddeln. Ich bin direkt auf dem Kreuz jetzt gerade. Genau hier ist es eigentlich, Kata. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, haben wir überhaupt eine Schaufel? Nein. Warte mal, ich mache uns schnell beide eine Schaufel, okay? Okay, warte mal, ich habe hier schon eine Workbench. Okay, dann gehe ich hier schnell zum Wald. Hol noch ein bisschen Holz. Und da können wir uns auf jeden Fall zwei Schaufelchen machen. Und da können wir uns nach unten buddeln. Und ich bin wirklich so, so gespannt, Kata. Na ja, was das für ein Schatz ist. Das ist ja richtig, richtig cool. Guck mal, Kata, ich habe jetzt zehn Holz. Und damit können wir auf jeden Fall genug Schaufeln machen. So, dann mache ich ein paar Stickies. So, das passt sehr gut. Und dann mache ich ein paar Schaufelchen. Oh, du hast sogar Steine. Ja, ich glaube, das ist besser, weil sonst geht die gar nicht mehr kaputt. Das ist eine gute Idee. Okay, dann mache ich ein paar Steinschaufelchen. So, guck mal, Kata. Eine für dich und eine für mich. Sehr gut. Okay, dann schaue ich nochmal kurz auf die Karte. Und ich glaube, wir müssen genau hier runter. Genau hier unter mir. Oh, Kata, was ist das denn? Das sieht ja richtig, richtig unheimlich aus. Das sieht so aus, na, wie so ein Minenstollen oder so, der hier eingekracht ist. Oh, das kann wirklich gut sein. Warte, wollen wir da runter? Ja, oh, das sieht ja richtig, richtig cool aus. Und, oh, Moment mal. Guck mal, Kata, das sind kleine Minenarbeiter da unten. Siehst du die? Oh, wie süß, siehst du die Arbeiten hier? Ich glaube schon. Die sehen richtig, richtig süß aus. Warte mal, wollen wir mal zu denen runtergehen? Ich würde sagen, Kata, wir gehen einfach mal zu denen. Oh, guck mal, die kommen schon. Oh, hallo, ihr Kleiner. Oh, hey, aua, die greifen mich an. Und, oh, die greifen dich hier auch an. Ich weiß es nicht, die sind richtig böse. Aua, aua, aua. Da kommen noch mehr, Kata. Oh, oh. Wie viele sind denn das hier? Ich weiß es nicht. Hey, nicht Kata angreifen. Was soll das denn? Ach, Mann. Kata, die sind wirklich richtig, richtig böse. Und ich glaube, die wollen nicht, dass wir hier in ihre Mine reingehen. Stimmt, vielleicht wollen die irgendwie den Schatz beschützen oder so. Stimmt, das kann echt sein. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Und es sind wirklich richtig, richtig viele. Und, oh, nicht Kata angreifen. Was soll das denn? Ach, Mann. Und, oh, da kommen noch mehr. Hey. Die wollen uns wegprixen. Das stimmt, mit ihren Spitzhacken. Was soll das denn? Ach, Mann. Und da kommen so viele. Aber die sehen auch so süß aus eigentlich. Ja, die sind eigentlich voll fies. Aber die sehen voll lieb aus. Das stimmt. Und, oh, das sind ja richtig, richtig viele insgesamt. Ich glaube, die wohnen auch hier, oder? Oh, das kann wirklich gut sein. Aber guck mal, hier ist eine Abzweigung. Vielleicht ist da der Schatz. Stimmt, das kann sein. Das wäre richtig cool. Und, oh, hier sind wirklich so viele. Weg mit euch. Oh, nicht Kata schlagen. Ach, Mann. Okay, Kata. Wollen wir jetzt nach links abbiegen? Oder nach rechts? Oh, Moment mal. Oh, das sind so viele, Kata. Oh, oh. Ich helfe dir. Und, tschack. Okay, das waren wirklich richtig, richtig viele. Okay, wollen wir vielleicht nach links gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Und da stehen ja auch noch zwei. Hey, ihr beiden. Zack, 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 zack. Ja, nicht pieksen, ihr beiden mit euren Spitzhacken. Und, zack. Moment mal, Kata. Glaubst du, die wohnen da drin? Ich weiß nicht. Guck mal, ich sehe da Teppich durch. Oh, stimmt. Und da ist ein Tisch mit richtig viel Essen drauf. Und da stehen ja auch ganz viele. Okay, dann gehen wir einfach mal hier rein. Und, oh, die greifen mich an. Hilfe, Kata. Oh, oh. Oh, ich helfe dich, ich helfe dich. Du musst mir helfen, Kata. Das sind so viele. Hilfe. Oh, oh. Oh, 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 au, 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 au. Die pieksen mich alle. Warte, Gott, ich muss ein bisschen wegrennen. Das waren ja richtig, richtig viele, Kata. Und ich glaube, die wohnen hier. Ich glaube, das ist ihr Wohnzimmer hier. Kann das sein? Oh, das kann gut sein. Aber die haben ja voll die schöne Couch. Das stimmt. Das ist wirklich schön hier. Die haben ja auch einen richtig großen Tisch mit Karöttchen drauf und ein bisschen Obst. Das sieht echt schön hier aus. Und, warte mal, was ist das denn hier? Hier ist noch eine Tür. Oh, mein Gott, da ist noch mehr drin. Oh, Gott, das sind richtig viele. Weg mit euch. Ich glaube, das ist ihr Schlafzimmer. Kann das sein? Ja, stimmt, da sind ganz viele Bettchen drin. Stimmt. Ah, schön pinke Bettchen. Das sieht eigentlich richtig süß hier aus. Das ist wirklich so schön hier drin mit dem Wohnzimmer, mit dem Sofa hier in der Ecke und dem schönen Essenstisch und dem Schlafzimmer. Das ist wirklich so, so, so süß. Okay, Kata, ich würde sagen, wir gehen einfach mal geradeaus weiter. Und ich bin wirklich richtig, richtig gespannt, was hier hinter ist. Und, oh, Moment mal. Ich glaube, das ist noch ein Wohnzimmer. Kann das sein? Das kann gut sein, aber ich will den Schatz sehen. Ich will auch den Schatz sehen. Okay, wir gehen mal hier rein. Und, oh, da sind ja richtig viele drin. Oh, oh. Oh, Gott, oh, Gott. Kata, du musst mir ein bisschen helfen. Oh, Hilfe. Die pieksen mich alle mit ihren Spitzhacken. Und zack, 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 zack. Und den haben wir auch. Und das ist wirklich so schön hier tatsächlich. Die haben auch einen schönen Tisch. Und guck mal, Kata, die haben sogar einen blauen Sofa. Oh, das ist schön. Die wohnen auf jeden Fall richtig, richtig schön hier. Und ich glaube, oh, hier ist auch wieder ein Schlafzimmer. Und da sind tatsächlich richtig, richtig viele drin. Oh, oh. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Und, Kata, mein Schwert ist gleich kaputt. Oh, nee, oh, nee. Warte, da machen wir uns am besten noch eins. Ich habe noch ein bisschen Holz dabei. Oh, das ist sehr gut. Warte mal, dann mache ich hier eine schnelle Workbench. Zack, zack. Ja. Und stelle die hier hin. Okay, da kann ich für uns beide ein Schwert machen. Aber, Kata, ich habe noch eine bessere Idee. Guck mal, hier ist sogar Eisen. Und das könnten wir vielleicht sogar abbauen. Und dann könnten wir das in einem Ofen schmelzen. Und dann können wir uns Eisenschwerter draus machen. Das ist eine richtig gute Idee. Ja, so, zack, 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 zack. Oh, ich glaube, das ist tatsächlich genug Eisen für uns, oder? Ja, ich gehe noch ein bisschen Kohle abbauen. Zack, zack, so. Ja, sehr gut. Okay, da würde ich sagen, ich mache schnell den Ofen. Und dann können wir uns das Eisen brennen. Und dann können wir Eisenschwerter machen. Das ist richtig, richtig gut. Oh, die Idee ist richtig perfekt. Dankeschön. So, dann mache ich schnell den Ofen. Den Ofen stelle ich dann hier hin. Und dann kannst du das Eisen schmelzen. Richtig, richtig gut, Kata. Da können wir zwei Eisenschwerter machen. Das ist richtig nice. Ja. So, ich gucke mal, wie weit das Eisen ist. Oh, es ist fertig. Perfekt. Oh, richtig, richtig gut. Warte mal, hast du genug Holz? Ja, habe ich. Oh, sehr nice. Da mache ich erstmal ein paar Stickies. Zack, zack. Und dann kriegst du schon dein Schwertchen. Nice. Und bitteschön. Oh, richtig, richtig gut. Nice. Jetzt haben wir beide einfach ein Eisenschwert. Das ist ja richtig, richtig cool. Okay, Kata. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Und ich bin so gespannt, ob wir den Schatz jetzt finden. Warte mal, wir waren jetzt schon hier vorne drin. Und wir waren jetzt schon hier drin. Und ich glaube, warte mal, von hier sind wir gekommen. Das heißt, wir müssen nach hier vorne. Und, oh, da sind auch nochmal zwei. Weg mit euch. Zack, 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 zack. Kata, die pieksen mich. Und zack. Sehr gut. Und, oh, Moment mal, Kata. Ich glaube, hier geht es nach unten. Kann das sein? Oh, Tatsache. Wie wollen wir denn da runter? Das ist viel zu tief. Das ist richtig tief. Bloß nicht runter blumsen, Kata. Und, oh, Moment mal. Siehst du den da unten? Der ist ja richtig, richtig riesig. Und da sind richtig viele Diamanten. Da sind Gold. Und da sind Emeralds. Ich glaube, da ist der Schatz, Kata. Und guck mal, Kata. Das ist ein richtig, richtig großer Minenarbeiter. Und ich glaube, der ist richtig, richtig stark. Oh, das stimmt. Ich glaube, der ist mega stark. Warte mal. Ich mache hier so eine kleine Treppe für uns nach unten. Guck mal, Kata. So, zack, 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 zack. Und so. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Ja, ich fahre mit dir. Oh, sehr gut. Warte mal. Dann können wir hier hin. Oh, guck mal. Das sind noch so kleine Minenarbeiter. Oh, oh. Kata, ich traue mich gar nicht, hier runter zu gehen. Wir müssen auf jeden Fall zusammen unten hingehen. Okay, Kata. Dann würde ich sagen, auf drei springen wir runter. Okay? Okay. Okay. Eins, zwei und drei. Und zack, 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 zack. Der ist ja richtig, richtig groß. Oh, das sind so viele kleine. Ich helfe dir, Kata. Ich helfe dir. Zack, zack, zack. Warte, ich helfe dir. Oh, sehr gut. Und oh, oh. Der Große greift mich an. Hilfe. Der ist ja riesig, Kata. Oh, oh. Hilfe, Hilfe. Der macht richtig gut Damage. Oh, oh. Warte. Ich helfe dir, ich helfe dir. Zack, 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 zack. Der ist ja riesig. Und guck dir mal seine Spitzhacke an. Die ist ja richtig, richtig groß. Oh, oh. Stimmt, der kann ja so viel damit abbauen. Stimmt. Und oh, wir haben ihn, Kata. Richtig, richtig nice. Und guck dir hier mal den Raum an. Hier sind Emeralds und Eisen. Das ist so cool. Krass, das ist mega nice. Richtig, richtig gut. Und Moment mal, Kata. Guck dir hier mal die drei Kisten an. What? Hier sind Diamanten drin und goldene Äpfel und Enderpearls. Und oh, da sind Smaragden drin und Diamantblöcke. Und Moment mal, was ist das denn hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist eine Wolke in der Flasche. Das habe ich noch nie gehört. Ich auch noch nicht. Das ist ja richtig cool. Aber ich würde sagen, Kata, wir holen hier erstmal alle Sachen aus den Kisten raus. Das ist richtig gut. Okay, wir haben alles mitgenommen. Und wir haben jetzt so viele Diamanten, Kata. Und so viele goldene Äpfel. Und wir haben auch Enderpearls. Und wir haben jetzt die Wolken in der Flasche. Das ist ja auch richtig, richtig cool. Die will ich unbedingt mal ausprobieren. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen wieder nach draußen. Okay, Kata, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt wieder nach draußen. Und das war wirklich so cool, dass wir den Schatz gefunden haben. Das ist wirklich richtig, richtig nice. Oh, das stimmt. Und ich bin richtig gespannt auf diese Wolken in der Flasche. Stimmt, das ist bestimmt richtig, richtig cool. Das habe ich noch nie gesehen, Kata. Ich auch nicht. Zack, da können wir hier nach oben. Oh, das wird so langsam dunkel tatsächlich. Oh, oh. Oh, je. Okay, Kata, wollen wir jetzt mal die Wolken in der Flasche ausprobieren? Oh, stimmt. Gute Idee. Willst du die einfach mal hier reinwerfen? Ja, warte mal. Und zack. Und oh, Moment mal. Da erscheint einfach eine Wolke. Oh, guck dir das hier mal an. Oh, das ist ja richtig cool. Warte, kann man da reingehen? Äh. Oh, Moment mal. Das ist ganz komisch. Ich schwebe hier oben auf der Wolke drauf rum. Guck mal, du kannst hier so reinspringen. Guck mal. Zack und zack. Oh, das ist ja richtig nice. Oh, Kata, wir können jetzt einfach unsere eigenen Wolken machen. Warte mal, kann ich die noch höher bauen? Guck mal, wir können uns so einen kleinen Weg bauen. Oh, Moment mal. Ich kann hier auch hochklettern. Hilfe. Ich bin in der Wolke gefangen, Kata. Ich bin auch in der Wolke gefangen. Hallo, ich sehe dich da unten. Warte mal. Oh, hier kommen wir wieder raus und hier kommen wir wieder hoch. Ich habe sogar Wolkenklöcke. Oh, das ist so cool. Das ist ja richtig, richtig cool, Kata. Das macht so viel Spaß. Zum Glück haben wir die gefunden. Und platsch. Richtig, richtig nice. Voll cool. Guck mal, Kata, ich fange dich jetzt in der Wolke, okay? Zack. Oh, nein. Jetzt bist du in der Wolke drin. Hallo. Oh, nein. Richtig, richtig gut. Okay, Kata, ich würde sagen, wir gehen wieder nach Hause und legen das alles schön bei uns sicher in die Kisten. Okay, sehr gute Idee. Ich bin so gespannt. Vor allem, wir haben hier jetzt so viele Diamanten. Das ist ja Wahnsinn. Stimmt, das ist so gut. Oh, guck mal, Kata. Hier ist schon unser Haus. So, zack, 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 zack. Ich würde sagen, wir machen ein paar Kisten und legen da auf jeden Fall die ganzen Diamanten und unseren ganzen Schatz da rein. Und dann mache ich hier auf jeden Fall den ganzen Schatz rein. Zack, 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 zack. Das ist richtig, richtig cool. Du, Eppi. Ja? Wollen wir vielleicht noch ein bisschen mit den Wolken in den Flaschen spielen? Stimmt, das ist eine gute Idee. Da hole ich mir auch noch ein paar mit. Die sind wirklich richtig, richtig cool. Das macht so viel Spaß. Stimmt, guck mal, die könnten wir da hinten schmeißen. Warte, pass mal auf. Ja. Wollen wir stehen? Ja. Oh, Moment mal. Ich bin mitten in der Wolke gefangen, Kata. Hilfe. Ach, Mann. Das ist so cool. Und zack, jetzt bist du in der Wolke. Zack, 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 zack. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Tatsächlich. Das ist so cool. Und zack, 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 zack. Du bist jetzt in der Wolke drin, Kata. Und noch mehr Wolken für Kata. Yeah. Oh Gott, das sind richtig, richtig viele. Guck dir das hier mal an. Das ist einfach so cool. Warte, soll ich dir ein bisschen helfen? So, zack, zack, zack. Und zack. Oh, das ist so cool, wie man hier rumspringt. Und zack. Wir können auf den Wolken laufen. Das ist so cool. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.